Ich habe gehört, wenn man sich ein Subway-Tattoo stechen lässt, bekommt man lebenslang gratis Subs. Also bin ich in den Tattoo-Laden rein und bevor der Tätowierer begonnen hat, habe ich noch meine Mutter angerufen, um ihr davon zu erzählen. Die ist erstmal ausgerastet. Es ging los und nachdem das Tattoo fertig war, ging es direkt zu Subway. Ich bin ready für meinen gratis Subs. Ich habe meine Bestellung aufgegeben und dann wollte sie erstmal, dass ich zahle. Also, der Moment der Wahrheit ist somit gekommen. Das T-Shirt habe ich mir ausgezogen und die Reaktion der Subway-Verkäuferin war einfach nur legendär. Ah, wir haben es geschafft. Wenn du jetzt Bock auf Subway bekommen hast, abonnieren.